Wunderbare Abendstimmung am 8.11., das ist eine wunderbare Zeit hier, 2022, in El Pueblito am Meer, das ist Puerto Blata, direkt sozusagen am Anschluss an Puerto Blata oder gehört noch zu Puerto Blata, ist aber ein bisschen separat, weil dann mehr sich die Touristen treffen, ja und hier kann man auch wunderbar sitzen und kann seinen Abend genießen, ja wir sind ja jetzt hier auf am Strand und wollen eine Runde gehen, um ein bisschen die Füße im Wasser halten und werden uns den tollen Mond hier angucken.